herzlich willkommen in seiten die die welt nicht braucht ja unglaublich aber wahr seiten die die welt nicht braucht gibt es wirklich viele ich bin immer überrascht immer wieder wie viele seite im internet sehe die keinen sinn macht und solange dass ich eine seite finde die keinen sinn macht werde ich heute werde ich euch auch alle seiten vorstellen heute eine seite die mir wirklich sprachlos lässt die seite heißt hey.com schauen wir sofort an was die seite macht genau die seite macht nicht anders ich brauche keine worte und sowas zu kommentieren ich lasse den link unten in die beschreibung wenn ihr die seite besuchen möchte macht ja obwohl ja gut bis zum nächsten mal mit dem neue eine andere unbeschreibliche seite vielleicht wer weiß tschüss